Moin meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Erstmal ein dickes Dankeschön wegen gestern. Wir haben gestern auf meinem Gaming-Kanal hier einen spontanen Stream gemacht, war richtig geil, zur Spitzenzeit, kurz vor meinem Win-An, waren wir 3200 Zuschauer oder irgendwas, ab und zu mal eine heiße Milf angerufen, war gestern eine sehr geile Session. Merkt euch, morgen habe ich Geburtstag, Freunde, am 11.02. Morgen starten wir auch um 18 Uhr einen Geburtstag-Stream hier auf meinem Gaming-Kanal, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Fortnite, das Game, macht mir immer mehr schick. Gestern war ich richtig drinne und ich spüre richtig tief im Urin, Digga. Ich werde immer besser in dem Game. Hier habt ihr einfach mal ein Video, da ist mir auch aufgefallen, die Pistol, das ist eine geile Waffe, die Pistol darf man nicht vernachlässigen, also die Schalli. Und genießt einfach das Video, ich wünsche euch viel Spaß und ich erwarte euch morgen um 18 Uhr zu meinem Geburtstag-Stream. 100% pro Heft. Oh, was für ein Loot hier, Digga. Oh, ne Skar. Ne Skar. Oh, han wird Glück gehabt, Digga. Ich bin auf dem Truck, Digga, gar nicht gesehen, aber ich weiß schon mal, dass das Ding... Gesundheit mäßig sind wir auf halb unterwegs und 75 ist wirklich ätzend. Loy. Da war der Bullet Drop wohl gar nichts, Digga. Ich hab mehr Bullet Drop erwartet, sorry Jungs. ich muss die gelegenheit nutzen hier hätte noch mehr mitnehmen können aber es hat mich ein bisschen verwirrt die sau guckt sie euch an oh holly komm herr jetzt gar nicht gecheckt er hat das gar nicht gecheckt er hat kurz geschlafen die geheißen ok was ist hier los bush oh bravo mehr mario karten mit monte ja alles gut da ist so wollen wir schießen oder ich hab noch nicht drauf einer war eben hier auf der rampe drauf ist dann wieder runter gesprungen hier nimm dir was du brauchst digga loot ist auf jeden fall ein bisschen da aber hier ist schon ah vor mir sind sie der eine ist im haus der ist ganz slow digga aua 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 ich komm hier nicht hoch digga ich komm hier nicht hoch digga ganz krass hinter dem haus sind sie jetzt sind runter gejumpt da ist genug einer einer down ja nice beide down hier ist ein jump head nice und ne sniper brauchst du irgendwas jetzt noch ähm ich hab noch ein bisschen ein paar tränke hast du nen trank oder so ja nur kleine digga hinter dem grünen haus sind die gelaufen jetzt auf dem dach oben der hat uns gesehen hier vorne jetzt oder was ja das grüne dach genau da laufen sie oh ich hab noch nen shot einer down wir sind im sedwich wir sind im sedwich wo sind die genau digga ah da hinten sind sie okay die sind da hinten musst du dich auch kurz heilen digga ah ich schwink glaube ich schwink ne kriegen wir hin digga komm positive energie ich brauch nur verband sonst bin ich gefickt er kommt jetzt zu mir einer ist down komm bombo der andere wo ist der andere der ist noch da oben bestimmt oh ich krieg Schüsse ab ah da oben komm fick ihn den krieg JA sauber ich bin übel ich brauche mich ein ich auch komm her komm her da ist noch nen drink den gönn ich mir die haben sich einfach verpisst die haben sich in den fight null eingemischt ich sag ja die haben echt schon fest ich hab ein bisschen was auf jeden fall ich hab von uves video mal den kipp ab gelernt das war noch Zeit oh ne ist noch da ist noch da ja ja ok ich seh ich seh vielleicht kann ich schon ausmachen ich geh mal mit der sniper rein eine seite ist auf ich ah wo sind meine nades sind bei dir digga ich hab nades bei dir aber auch ich hab nades bei dir aber auch hit 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 ah nades digga meine nades sind die schon draußen? komm 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 ja g Geil, Digga, nice. Kommt jetzt runter. Dann lass doch pissen hier, oder? Oh, ho, 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 digga. Na, 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 nice. Ja, Digga. Und sein Kollege ist runtergesprungen, glaube ich. Er hat jetzt keinen Bock mehr. Schieß ihn mal weg. Er muss da liegen. Ausgenockt, ausgenockt. Nice, ja, ich habe ihn auch noch mal. Sind tot, sind tot, sind tot. Geil, schade, ich habe den Kill nicht bekommen, den anderen, Digga. Na, ich habe den, der hat den, der hat den, der hat den, der hat, ich habe beide wieder in vier geholt. Du warst beide in 4, aber wie hast du denn einen getroffen? Da war der, der ein jetzt was passiert. Ne, ich glaube nicht, Digga. Vielleicht von eben, vielleicht hat er ihn nur geheilt und dann aber nicht, hat er sich selbst nicht. Okay, vorsichtig kurz. Noch sind, bloß noch zwei Teams. Ein Team, meine Entschuldigung, ein Team nur noch. Oh, ich habe was gehört. Hast du gerade auf Dings gewechselt? Ja, ja. Auf Schrot? Das klackt, das schick. Kurze Schlückchen ein paar Zehn nehmen, Digga, und dann kommt der Sieg. Besser YouTuber of the World, Ivan, Ivan, ich komme... Mein Name ist Ivan, ich komme zu dir nach Hause, mache Kopf ab. Vielleicht sind die auch, äh, zwei Einzelne, das kann ja auch sein, Digga. Mhm. Ich darf sofort die Koordinaten an, wenn ich weiß... Oh! Scheiße! Die Zaun sind so beschissen gemacht jetzt, älter! Okay. Da läuft er vorne, äh, 330! Hey, tut der Baum, mach den Baum weg! Jo, er gibt mir einen Sprung, Digga, Sprung, Digga, was ist das denn? Oh, Digga, er trifft gar nichts, holy shit! Wo ist er denn genau, Digga? Oh, er hat ausgenommen, einer ist ausgenommen, wir müssen pushen. Ich weiß nicht, wo sein Maid ist. Hinter dem Baum, hinter dem Baum. Ja, ja, da, hinter dem Baum. Jaaa, ist so! Nice! Schön, Digga, nice. Schönes Ding, Digga. Okay, meine lieben Bootser. Ich würde sagen, das war's für heute. In diesem Sinne, haut rein, und wir sehen uns. PAU! Tschünuuu! 2 2 2 1 2 3 3 Vielen Dank.